Ja mein Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, äh alleine diesmal. Ach Mist, da habe ich die erste Runde gewonnen, und das ist einfach nur so ein Video, also ist jetzt keiner dabei oder so, und in der Zeit ist ja im Hintergrund ja das Spiel live, es ist kein Gameplay. Okay, jetzt geliebt. Also habe ich jetzt zwei Wins. Aha, ne aber ich wollte einfach nur so ein bisschen, das ist kein Infovideo, aber einfach nur so alleine mal eine Aufnahme machen, wo ich dann zum Beispiel so ein Thema rede, zum Beispiel sind jetzt zwei Projekte in Planung, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. In der Tat. Ah, da hat er gewonnen. Cool, das ist okay. Und es sind jetzt zwei Projekte in Planung, und die Projekte werden sehr bald kommen. In der Tat. Ich weiß wahrscheinlich auch noch ein Projektschaden alleine. Okay, jetzt geht's los. In der Tat. Und noch so Skywars Videos mit Bestrafung oder so, das wird auch noch kommen. In der Tat. Auch nicht schon wieder der. Ja, der gewinnt immer. In der Tat. Jetzt spielen wir erstmal mit einem anderen Kit. In der Tat. In der Tat. Und es ist so, okay, die werden auch, sie werden also, die Projekte werden, okay, die Projekte werden sehr bald kommen. Und dann, vor allen Dingen, mit Freunden, also einmal mit dem Aiden, das ist in der Videobeschreibung. Und mit dem Lieben, ist hier irgendwo kein Gift? Achofattung. Da habe ich gewonnen. Sorry, das ist ein bisschen leck, das ist halt mein WLAN und der liebe, das bin ich, und der liebe Let's Xeri ist dabei, und der Let's Xeri ist auch in der Videobeschreibung, falls ihr ihn abonnieren wollt, abonniert ihn, wäre cool. Okay, das lädt ein bisschen, das lädt ein bisschen. So, der Ayn auch, bei der Videobeschreibung abonnieren, aber erst mich abonnieren. Ah, mit einem halben Herz, das ist immer so knapp. Und, ja, weiter abonnieren, aber erst mich abonnieren. Oh, okay. Despreys, also, ich nenne mich, Despreys, also ich und Ayn sind in einer Klasse, das heißt, wir nehmen so gut wie jeden Tag auf, und Ayn hat noch ein Teamspeak. Nimm das, wenn du schon sterben willst, dann fahr weg auf. Ja, okay, cool, das geht auf jeden Fall. Oh, oh, es leckt. So. Dann noch, so, ich war die Karte. Ich glaube, ich nehme das. Kui-Kid. Wird wohl, ich spiele jetzt noch irgendwas anderes, dass wir jetzt gleich in den Cut kommen. Bis zum Video, ciao. So, Leute, wir spielen jetzt noch so ein, ein, zwei Minuten. F, F, B, nenn ich Quatsch. F, F, A, oder? Yeah. So. Schnell, ich bin jetzt in den Schwitzerhaus. Ich muss die Schwitzerbude einnehmen. So, ein, zwei Minuten. Kommt da. Hallo. Das ist jemand. Begrüßt. Woh! Sooo Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung Ich würde mich sehr freuen, lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat Wenn nicht, dann einen Daumen runter, ist mir egal Bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, tschau